Berliner ist mein Name. Fünf Minuten dazu zu erklären, was wir im projekten Berauter im letzten Jahr eingeführt haben. Berauter ist vielleicht nicht von jedem bekannt, Das ist eine Root-Berechnung, Root-Planer, der natürlich Volllauf-OSM aufsetzt und den wollten wir erweitern. Das geht hier nicht. Jetzt habe ich den richtigen Stift. Ist der Schirm blockiert? Oder kaputt? Na ja, der Tag war zu lang. Was war die Idee hinter der Erweiterung? Ich habe einen Standard-Routing-Planer für Schwerpunkt für Radfahrer. Die Idee dahinter war, was ich mir seit Jahren wünschte, bei der Routenberechnung neue Parameter zu berücksichtigen. Bei mir war der erste Wunsch, möglichst den Lärm zu berücksichtigen. Das war meine Idee. Andere Anwender wollten lieber am Wasser, das ist bekannt als Radfahren, das alle möchten. Oder andere wollten im Wald, um gegen den Wind nicht zu kämpfen. Einen Wunsch noch, die großen Städte umzufahren. Und der Autoverkehr sollte auch berücksichtigt werden. Ich habe selber lange Zeit darüber nachgedacht, wie bekomme ich überhaupt einen Faktor. Wir haben da ein OSM-Segment, ein paar hundert Meter in der Regel. Und die Entfernung zum Fluss oder zur Autobahn für den Lärm ist nicht konstant. Also gleich die Lösung. Das habe ich im Internet gefunden, übrigens. Es ist nicht von mir. Aber die Idee ist, die Autobahn oder Landstraße zu verbreitern. Wir haben uns auf 32 Meter festgelegt. Das gleiche am Radweg. Und die rote Fläche dividiert durch die Fläche vom Radweg ergibt einen Faktor, der einen aggregierten Faktor doch liefert. Eine bessere Lösung habe ich nicht. Aber wenn jemand eine hat, kann sie mir gerne schicken. Ich kann noch die SQL ändern. Wir hatten heute vorhin einen Vortrag über PostGIS. Also das hat die Dame sogar erwähnt, dass PostGIS, sagen wir, für so eine Berechnung absolut optimal passt. Die SQL sind schon stark, aber zusätzlich mit den Funktionen wie ST-Buffer, Verbreiterung vom Radweg, ST-Or ja die Fläche berechnet, Intersection ergibt mir die roten Punkte und so weiter und so fort. Also das Tool ist nicht nur kostenlos und super, sondern bestens dafür entwickelt oder steht zur Verfügung. Noch architekturmäßig, also der Berauter ist oben rechts, das ist die Routing-Engine. Wir hatten schon in der vorherigen Version OSM-Daten, natürlich alles voll drauf, mit Höhendaten erweitert. Das war bis voriges Jahr so. Und jetzt habe ich, also ich habe mich da mit dem Entwickler vom Berauter der Arm-Brennschede, der übrigens hier schon mehrmals referiert hat. Also mit ihm haben wir diese Erweiterungen gebaut. Die Daten werden monatlich übrigens, der untere Teil, es macht keinen Sinn da jeden Tag aufzufrischen. Die Daten werden in die Datenbank mit dem Standard OSM zu PG SQL geladen. Die werden da richtig bearbeitet und die fünf Pseudotags werden da generiert. Also Lärmfaktor, Nähe zum Fluss, Waldnähe, Autoverkehr und bin ich in einer Großstadt oder nicht. Und damit wird eine, ja sage ich, OSM-Plus-Karte generiert, die damit bereichert wurde. Habe ich Zeit noch? Ja. Wie das verwendet wird, kann ich vielleicht noch nachher live zeigen. Was ist noch? Ich wollte noch etwas anderes zeigen, wo ich stolz bin. Ja, das wäre ihr die Datensicherung, also die Qualitätssicherung, entschuldigung. Da rechne ich viel und viel und viel, aber wenn wir zum Beispiel, weil wir in Hamburg sind, gehen wir auf Wasser. Ich will zeigen, was die, habe ich mich gestippt? Ja. Die richtige Maus. Da, danke für den Tipp. Ja, wie vom Handy habe ich kein Netzwerk anscheinend. Sorry, das ist live. Ich war stolz darüber, da ein Qualitätssicherungsprogramm entwickelt zu haben. Dann hätten Sie selber sehen können, welche Wege direkt am Wasser erkannt wurden, aber das wird mir nicht gegönnt. So, ja, im Prinzip. Ja, noch eine Info. Das sind Beispiele. Für die Welt brauchen wir 29 Stunden für die Gesamtberechnungen. Das danken wir der Vosgis, die uns einen starken Servier, ja, bezahlt eigentlich, ja, sponsert. Und, ja, ich bin im Prinzip schon am Ende. Ich wollte nur kurz ein Beispiel zeigen. Das ist bei, im Main-Franken-Gebiet, da gibt es dummerweise einen schönen Radweg, aber wie man sieht, direkt an der Autobahn. Und wenn ich sage, bitteschön, mögest den Lärm berücksichtigen, dann hat er kapiert, dass da die Autobahn steht, liegt. Ich könnte mit Wasser, also andere Beispiele zeigen, aber das war, ja, die Vermessung, die Berechnung der Welt oder Berechnung von Pseudotax, um ... Dann vielen Dank an Serge Beliner und an Michael Scholz. Achso, ja, das hat der Frage. Und damit wäre dann für heute Schluss, weil sich keine weiteren Leitling-Talks gemeldet haben. Vielen Dank und bis morgen. Applaus Halt 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 Untertitelung des ZDF, 2020